Willkommen zurück bei Battlefield Multiplayer mit dabei der Hüpfer hier und ich habe mich gerade hier ja wir sind hier zu dritt ich nehme jetzt mal ein anderes Sniper aber mit dem anderen habe ich ja gar nicht getroffen und wir versuchen Kunden abzuschießen Ohr er hat mich getroffen von unten von der Entfernung was hat der Fittsniper gehabt man schaue ich die Böse oder hat ja richtig lange Rohr die Kette ich meine hier so fern Glas reichend drauf ich bin es ja man kann schon ich bin ich habe gerade gesehen Zielfernrohr mein Mann Mann er ist aber tot er hat er unser Nachbarjahrten gekriegt sehr schön nee hier kommt immer noch nee der ist tot nee aber der nicht den ich meine warte mal ich muss mich mal hinlegen ah ich habe ihn gesehen siehst du den da hinten wo ich jetzt genau da wir sind gerade fast getroffen mit Ars da wenn man auch hinlegen wird wackelt mir ganz schön ich bin wo aus hier und trotz auf jetzt wird er dann mit er ist ja nicht wo er hinrennen soll er kriegte mir eine Kugel nach der anderen Diener ja da war schießen wir alle auf ihn und denselben gerade oder was ich glaube in meiner steht an der Ecke ich schieße doch gerade zu ja ich habe es überlegt du auch ja ja ich sage ja die Position in der Mitte ist die beste aber ein Sniper ist scheiße weil ich immer einen Einzelschuss nachladen muss ne ich habe meine andere jetzt ja ich glaube ich werde meinen anderen nachher wieder nehmen wenn ich hier aber ich die immer treffen würde die soll ja nicht immer rennen würden ne ja wir üben das Snipern verdammt kann man hier noch Luft anhalten ja wie denn also bei mir ist das eigentlich warte mal ah ich habe es raus ein Stick reindrücken ja 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 ok geht aber auch nicht lange ja es ist irgendwas da flüchtet Ena von mir hier komm schon jetzt Junge ja lass dich endlich töten ah der Feind hat mich im Messer, pass auf wir haben Feind hinter uns Scheiße die haben mich rausgekriegt kann ich mich noch schnell da trocken 3,2,1 dann gleich auf den Schießen shit nee nicht mehr nee das ist die Sau da oben Mist richtig kriegen wir den ja nur wenn ich einen Hubschrauber kriege denn ah ich sehe den warte mal wir wissen ja wo er ist ich schieß mal kurz hoch damit der Weserfahrer es ist ich sehe mal es liegt er sich dahin so höher schießen kurz warten bis meiner hier sie aussieht zu satt hat aber ich muss ja nachladen ja vorbei hast du gesehen? ja aber der war haarscharf ne oh jetzt steht er gerade ah schon wieder so ein haarscharfer jetzt könnte es was wären na fast hast du meinen Schuss auch gesehen? ja ja hast du gesehen? die Ketten gerade fast am Kopf getroffen und 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 ah fast wir kriegen die Sau oh der war zu hoch ja die Kugel fliegt ne richtige Kurve ne ja so aber wir wissen ja wo er ist was ah das die Länder stört ich muss mal ein Stück von der Seite versuchen ich kann den du kannst ihn nicht treffen von so weil der Kopf nicht frei steht ok ah der Turm fällt um was ja der Turm unser Sniperpunkt ist Schrott und ERO hm haben wir ja Schweine dass wir jetzt nicht mehr umstanden ja das heißt wir wurden einmal getötet haben ey was denkst du wie schlecht das mit Punkten aussieht jetzt oh 270 ja wir haben ja jetzt in dem Part also es ging ja jetzt hier nicht um Punkte nee wir wollten üben auf den Turm zu kommen wir wollten ja jetzt ein bisschen Sniper und so ja zwar nicht gut geworden aber wir haben es versucht ja außerdem wollten wir ja eigentlich auf den Turm rauf genau naja wenigstens noch 945 mal sehen welche Map jetzt kommt es müsste ja wieder Feuerstone kommen die wir eigentlich machen wollten ja oh das ist ja für Sniper gekriegt für Hubschrauber naja doch noch 740 zusammengekommen ja ich hab 2000 ne mehr 940 ich hab 81110 wenn ich so neu kriege so viel hm und ich hab ne neue Waffe der QBU88 cool wird ja auch mal Zeit wa also ich meine in meiner Punktewertung jetzt du bist du nicht hier 955 ja ich meinte jetzt was ich so an Punkte gekriegt hatte mhm und ich äh ja bin ja wenigstens noch auf dem 18 ne mhm 17 jetzt ja sehr schön ja ich bin noch auf dem 13 also kann ich sagen geht das noch obwohl ich eigentlich mir keine Mühe geben habe nischt hm ja es geht ja hier nicht um Rangliste oder so einfach nur Spaß haben ja hatten wir doch ja ja wir haben wenigstens rausgekriegt dass man da landen kann und ich weiß wo noch so ein Turm ist wo man landen kann es kommt äh schon wieder Kaspersche Grenze mhm und danach dann hoffentlich oder was nein ich hoffe es also noch hab ich hab ich noch Bock drauf du auch oder was geht noch hm mhm ich hab so ein neues Snapbike richtig QB U 8 8 hatte ich doch eben schon mhm ich will aber jetzt mal ähm den lieben Doktor spielen willst du ein bisschen Sanitöter spielen ja ein bisschen mit der AK oder nämlich eine andere mal gucken willst du also alle Klassen so ein bisschen mhm was haben wir denn da die die ich weiß jetzt ja nicht welche so gut welche gut war die F2000 war die nicht auch gut mhm sich jetzt ja an die F war die KH2002 Klo ging ne ich probier die mal und Handfeuerwaffe hab ich da eine andere mhm ja ja nämlich genau ach ich hab ja auch die du hast hier mit 3 Schuss die 93R Klo Hartwerfer ist auch schöne Sache ja aber halten wir drunter so Scott Team ach bin ich ja schon drin so dann rein es wird liegen ach die hat ja gar keinen Fernlast drauf ihihi du bist Squad Leader will mehr an kotzen naja ist egal naja ist egal warte ich muss bloß mal äh den Dampf ausmachen so so los geht's wo waren wir zuerst hin? A oder wat? ja haben wir unsere Blickstelle äh davon können wir uns nie trennen ne? das sind aber zwei Panzerfeindliche hier vielleicht dann doch die ach die anderen haben wir ja schon ja ist ja nur aber auf zu A keine Müdigkeit vortäuschen genau hier über den Acker ne da ist ein Panzer und kaputt das Fahrzeug und das so Panzer und ich steck aus oder sie steigte zu spät aus ich hatte ich habe nicht mehr geschaffen ich wollte gerade weg und hat auch zu haben ist so scheiße m ja diesen Jet gibt es hier auch nicht mal was für so rei wir sind schon wieder bei Russen so komisch schon wieder wollen wir verloren haben oder was? hm 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 ja hier so quer rüber ja hier so quer rüber also auf rot durch durch die Länder wir kommen da schon noch hin war ach ah hier hörte ja schon wir uns 8b nehmen wir uns dann vor ja steigen wir hier oben am Jubel außen sind legen uns auf den Felsen nach vorn und sniper ein bisschen ich habe keine sniper mehr mehr so ich bin der Arzt ja gut ich wollte ihr sagen ausstecken da bin ich ja ich habe hier so eine andere hier die Lacken vergelassen hat so noch nicht wahrscheinlich kriegt sie noch aber denke ich mal wir werden sehen B kann natürlich jetzt auch eine Falle sein aber ich habe diesen hier ne und der ist schön ja ja denn ein Arzt braucht sowas oder ein Sonny geht nie ohne sein Granatwürfer weg so kommt die Arzt was schön ist für euch Schöne Granaten und nachgeschmack Halt wer war das der Karten schon mit Kugeln gewirkt ja ich habe weggerutscht aber man die Kriegsjahr der Brose Busse Granate der Kanz 237 Punkte gerade ist alle Kabel die Dienstpunkte ein Kitzel dann haben wir jetzt selber ich kriegst Hilfe bei Köln nee ich hab 2 75 plus 2 50 ich jetzt Lärm einiger ich die mit der Granate aber das fein KG damit hat ich habe mich richtig der hat denn hier vorne gerade Pro ich bin jetzt oben ich nicht aber er hätte es gehört wird steht in einer der jahre gesehen so umflugzeug ist vorhaar so zu setzen die Ralea und das Flugzeug Nö, nö, hör mal, A, ein bisschen. Ja, schade, dass gerade kein Hubschrauber hier steht. Oh, bin ich durch zu Seile, ganz unten durch. Das war schon cool. Dann werde ich mal zu... Okay. Nein, der Panzer. Hat er dich getroffen, oder was? Ja, er hat davon geschossen. Kann man mal ablenken, das Käse machen? Oh, oh, oh. Oh, ich trudel. Siehst du mich? Nee, gerade eben nicht. So, steige ich aus und bin natürlich im Feindgebiet. Ey, jetzt öffne doch mal einen Fallschirm. Und wenn ich im Feindgebiet bin, kann ich doch immer hin, hier. in der Luft sterben, weil ich nicht aus den roten Bereichen gekommen bin. Ja, so kann es auch passieren. Egal. Hat Spaß gemacht. Zack. Du hast hier das schon stille aus- sucht. Der Ecke? Was sie bei mir droppt, da? Ja. Paula Sack. Macht 200 Punkte. Ich mache mit der Arbeit, kämpft mich hier voran. So, da vorne sind Drohne. Siehst du die? Allt schon gesehen. In der Stadt hat da rum. Da fliegen ja etwas. Jetzt. So. Immer ein bisschen Granat-Power. Ja, da würde ich jetzt auch nicht gern lang rennen. Die Straße. Nee. Ach ja, ich habe Besuch bekommen von vorne. Oh. Ich auch, er hat mich geblindet. Nicht genauso. Mit einer PP... Ne, mit einer P90. Nicht PP90. Ja. Ist ja echt nett. Ehrlich, ey. Dann werde ich mich mal bei E droppen. Tankstelle? Ja. Okay. Äh? Ah, Standbild gerade, wir sind kurz. Macht keinen Scheiß. Ja, ich wurde... Hat er da dich auch abgeschossen? Na, ich glaube, er ist das... Oh, schon wieder! Der ist ja immer noch da gewesen. Nein. Ach, es geht. Das ist die Kunden. Scheiße. Aber eine Granate habe ich noch abgeschossen. Aber nee, die hat hinter ihn gepufft. Das sind ja ein paar freche. Kleiner mal zu. Eh, ne? Ja. Zwecklich Leihung Granatwürfer. Weil... Ähm... Oh, was ist denn hier los? Ist da mitten im Qualm drinne? Wer? Du? Ja. Ja. Oh, 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 oh. Lasst mich doch in Ruhe. Ach, der ist aber tot. Wollt gerade mir Mörser eigentlich abstellen, aber die machen ja hier so einen Rabatz. Mach hier so. So, jetzt mal gucken. Den Mörser wollen wir hierhin, Herr Mann. um mich rettet sich ich werde ich jetzt ein bisschen rum Mörser auch ich wollte ich so nur retten wenn Mörser hängt wieso hängt mein Mörser? wie hängt? ach der hat mir auch abgeknallt die Schau hat ein Hänger? ja C4 nehme ich mal mit für Panzer ich spiele jetzt Panzerstürmer auf jeden ich werde jetzt ein paar an den Jeep mit C4 präparieren bringt das was? da sehen wer den Jeep nimmt wo bist du nun Zinker? hier bei dem Jeep bei der Tankstelle meine ich E wir können einen Jeep haben hier ist Ena ja am besten gehen wir ja A ist der Kind rankommen ob die immer noch da sind die Bänder ich versuche jetzt mit dem Panzer mal ein bisschen voran zu kommen können wir mal Raketen äh Granatwäufer nehmen hoffentlich erwischt ich sie diesmal wenn die immer noch da sind ja die sind immer noch da haben sie sich gekriegt? nee nee mich noch nicht ja sonst hätte ich gesagt kommst du meinen Panzer so ich hab keiner erwischt obwohl ich die Granate da mitten drin hier gedonnert hab nur 56 Punkte Hilfe bei Kill also war ein anderer von uns ein Kumpels ach wiederbelebt worden danke von Arzt zu Arzt oder bist du auch jetzt Arzt? nee na ich bin Panzer nicht so wie war das nochmal hier? ja ja die haben einen feindlichen Panzer im Gebiet gesichert boah haha immer schön ja die Hubschrauber haben die Restarbeit gemacht sehr schön ja und ich fahr hier auch weiter mit meinem Panzer ich schwör A wiederhaben ne ach 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 wie war denn das nochmal? so hab ich mal in Sunny gespielt ihr könnt auf meinem Panzer schießen wie ihr wollt der ist ein bisschen stabiler wie eure Pisse hier hihi 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 man sind die doof ich bin in der Hütte haha oh der hat sich ja schon wieder töten lassen hast du ja ich bin bei A drin in der Butze ich rinne ich rinne ich rinne jetzt aber nicht andauernd hinterher mein Junge den mir? ne hier soll ihn der hab ich schon 12 mal das Leben gerettet ich bin jetzt bei A in der Butze drinnen so da war ein ein feindlicher Panzer ist zu euch unterwegs aufwand äh Zinka wenn du jetzt zu mir kommen wär würdest wär cool bei A ich bin nämlich da ne ich bin ja die Stunde war reinste Panzerarbeit ich bin nämlich gerade bei A jetzt mit in mein in unsere Hütte wieder ach ja danke wer hat denn dich getroffen der Panzer? da gegenüber ein Kunde der kommt jetzt gleich pass auf der ist ja gegenüber gleich siehste? der will wegrennen ne ne der kommt her der war doch hier gerade hat er dich schon wieder getroffen? ja ja der ist genau da drüben in der ne geradezu jetzt kommt er ah ich hätte ihn fast getötet und er hat mich getötet nein ja wir können uns aber bei ja eh bei eh mal gucken was hier so los ist wollen wir hier mit Zivilwagen fahren? wo bist du denn? ja eh lassen wir zwar nicht außer aber ich äh Dauer haben wir hat Ena versucht hier zu rückentüten gerade ist da Ena? da ist doch keiner da war da ein Ena noch ist das so ein feindlicher? hat unser sich aber schon drumherum gemacht na jo dann nochmal das gerade eine Rakete lang geflattert oh was ist das? wo kam das her? äh der wurde mir ja nicht angezeigt ne der lag hier einfach in Zwischensteiner mhm du hast den aber ohne gesehen oder? ne oh ich wurde wiederbelebt sehr schön ich nicht der wurde auch nicht Achtung! das andere spiel ist nicht mehr in unserer Hand so ja die sind mir zu irre ja wir können hier mit dem Standard AK rum ja Nein hey was war das grade? bist dueh Grade durch mich durchgebackt?! oh 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 Panzer Ah äh ich wollte grad noch in den Graben da schnell flitzen ey der zech zeich die, zeigt den richtig am Pilot Daniel wer? ah den Panzer schon richtiggerede Pilot Daniel hat gerade hier gesehen um im Panzer je bei ihr er hat in deinem Namen sie wie diejenigen lieben wird ich mache mal beim um gucken Hubschrauber da ist natürlich nicht wahr hier hinten meistens aber in Jagd fliegt dran weg dann mache ich hier mal schnellen Schnitt